Oh Gott, das will ich. So was mag ich. Das bin ich, wie ich Seelen sammle. Was? 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 Ich muss auch grad ein Follow-Ding. Mhm. Okay. Ähm. Oh Gott, ich muss auch Entscheidungen treffen. Ähm. Soll ich dir Handschuhe anlegen? Ähm. Und wenn es so wäre? Da ist auch ne Knarre, okay? Ah, ist so ne Sache, wenn er mit Pillen? Ja. Geil. Und Alkohol. Mh. Gute Mischung. Äh. Ach, die war gar nicht da. Oh. Wie hieß denn dieses andere Spiel mit dieser Sanity? Ah, das war auch so abgedreht mit diesem... Das war auch so ein Detective, glaube ich. Wie hieß denn das Spiel nochmal? Oh, ich hab den Namen vergessen. Das haben wir auch gespielt. Das war auch richtig abgedreht einfach. Nee, Alone in the Dark war es nicht. Observer. Dankeschön. Das war Observer. Das meinte ich, genau. Sullivan. Und Alkohol. Mh. Guteschein. Oh, cool. Man kann sich auch alles so ganz genau anschauen. So was mag ich. Aber er zwingend. Das war ja eigentlich verboten, ne? Telekinesisch. Fuck. Fuck. What are you... Don't tear them up for... Fuck. The accident was barely two weeks ago. Look, the committee already thought you were a hot mess. Trying to come back this soon. That's just got them convinced. You know fucking medical miracle, James. Hmm. We schwankt noch so'n bisschen, ne? Schweben wir gerade? Oder ist das so'n Bildschirm? Oder ist das so'n Bildschirm? I'm listening. You'd be doing a favor for a guy who's signature trumps every test and commission out there. Why do I feel like there's a butt coming? Because you're fucking difficult. Also, without your Sink-Tests, can't get you back in the system. So, I'm gonna put you with a liaison officer. She'll be the one with full access. Jesus, a babysitter? Fucking hell. You asked for it, Sunshine. Wait, put a rock. Ich hab' nur gesehen, dass die Autos auch fliegen und sowas. Deswegen hätt' ja sein können. Die große Geste eines großen Mannes. Edward Green sponsert die Ausstellung im Central Park. An diesem Freitag wird der Central Park mit Schätzen aus dem alten Kontinent gefüllt sein. Der Eintritt ist für alle Bürgerinnen und Bürger New York City's frei. Dies ist der Großzügigkeit des populären Politikers und Philanthropen Edward Green zu verdanken. Erfahren Sie mehr auf den Seiten 3 bis 5. Krise, Erlass oder Einspruch. Der Kongress will nicht von dem kontroversen Gesetzesentwurf abrücken, der das Alter zur gebührenfreien Körpernutzung von 21 auf 20 absenkt. Der Präsident will alle Operationen in Erwägung ziehen, hat aber keine Veto ausgesprochen. Nähere Informationen auf Seite 6. Skandal im TV. Verlässt Drake Star etwa die Tage des ewigen Lebens die herzerreißende Geschichte hinter dieser Entscheidung. Ein moralischer Skandal und ein Körper, in dem er sich nicht wie er sich selbst fühlt. Interview auf Seite 2. Das Wetter. Der Wetterdienst sagt eine moderate Luftverschmutzung voraus. Es gelten die Standardverfahren zur Dekontaminierung. Geringe Wahrscheinlichkeit für Regenschauer und leichte Gewitter. Es werden Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad Celsius erwartet. Okay. Ist die Lautstärke so okay? Ist sie zu laut, zu leise? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ich finde es sehr laut, aber... Okay, ihr seid euch nicht einig. Ist es okay so und manche sagen es zu laut. Ähm... 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 Ja, jetzt... Ich weiß es auch nicht. Ähm... Die Musik zu laut oder... Die Effekte? Ich mache mal das auf Hälfte. Ich weiß nicht, ob es jetzt was geändert hat. Ähm... Vereinbarung zu Körperleihe Nummer 9928372 und so weiter. Auf unbestimmte Zeit unterzeichnet am 9. Oktober 2329 im Zentrum für Bewusstseinsübertragung in New York City von den Vertragspartnern James Carra, ID Nummer bla bla bla. Nachfolgende Empfänger genannt und den Amt für Gesundheit nachfolgende Verleiher genannt. Vertragsgegenstand Körper, Alter 42, Größe 1, 83, Gewicht 74. Okay. Interessant. Ah, du bist ja süß. Drei Köpfe. Für den dickköpfigsten und talentiertesten Bastard, den ich je kennenlernen durfte. Coach TH. Okay, ich glaube, wir haben uns alles angeschaut. Ich sag doch, wir fliegen. Ich wusste es. Das hat so geschwankt. Oha, wie geil. Neemans. Neemans. Fuck that. No way. Forget it, Chief. Look, I said what I said. You're a goddamn departmental legend. Legend, huh? Uh, well, okay. More like cautionary tale. Especially after you fucked up half the city with that train. Well, I don't remember much about the accident. People tell me it was kind of a spectacle. You don't remember? So, what? You haven't synced for that yet? I'm in sync like a fucking Swiss watch, okay? Don't piss in my ear and tell me it's raining. Okay, I'm back. You're our best friends, right? Sorry, boss. Sarah, I've sent you all the authorizations. Forward the package to Karen. Icarus. Listen, he's a good cop. Just keep an eye on you, okay? Keep an eye on you, okay? Steiner out. Alright, let's get the show on the road. I need the address of the nearest Post Office. Fine. Warum muss er jetzt hier so sich raushangeln? Sag mal. Ich kann doch die Sachen untersuchen, okay? Do you know there used to be roof-top bars in the city? Yeah. Do you know there used to be roof-top bars in the city? Until they figured out open spaces make desynchronization something worse. Oh, bullshit. You don't buy into that nonsense, do you? Tell me something, James. Do you know the feeling, after you spent time in a wide open space, when you go back to your capsule apartment on the ground floor? Uh, I don't live in a capsule apartment. No, you fucking don't. So maybe stop talking out of your ass. That girl in the hat overshadow is more and more of the city, doesn't she? Sorry? What, the one from the body auction at? I haven't seen it. How could you not see it? It's on every goddamn corner. Looks like TS-45-7. You're in Times Square? Ähm, ich hab zu tun. Wir gucken Film, aber... I have business here. Half the city's had business there lately. Thanks for that new brothel. Oh, what a hell? Was gut. I am not in a brothel. Sure, and I totally believe you. Okay, Playboy, go for the package. Platform 53D, Terminal 3. Would it be for us, would it be for us, would it be for us not in the air, because they so voll hintereinander knallen, yeah. Oh, geil. Wow, das ist cool. What? Oh, yeah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, Hugh. Mit dem Gerät hinst du Objekte röntgen. Okay, das ist cool. Ja. Das ist wunderbar. Das geht nach unten. Hier geht es auch noch weiter. Ja, die Musik ballert meine Ohren weg, ey. Die Haupttransformer sind unter dem Flur. Alter. Was sind die Scheiße so laut? Gut. Ich mach das mal so. Vielleicht jetzt besser. Was ist jetzt los? Unfall. Unfall. Da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts mehr zu holen. Ich hab ihn jetzt nochmal runtergestellt. Müsste ja jetzt eigentlich besser sein. Oder ist immer noch so laut. Ihr hört es ja anders als ich. Nein, du sollst nicht mehr trinken. Nein, du sollst nicht mehr. Ja, du sollst nicht mehr Premieren. Nein, du sollst nicht mehr, wenn du... Vielen Dank.